Wurst 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 Genau, was hörst du da? S oder S Dann wär's Schau mal Wurz Das kann man auch sagen bei Wurst Wurz? Ne Wurst Mit dem, sag mal Wurst Wurst Genau Dann tu's mal rein Sind jetzt alle Kisten voll? Ne Nein Aber Zeig mal Okay Mach sie bitte noch einmal für mich auf Dass ich noch einmal sehe, was drin ist Kannst du das mal sagen? Was ist da? Pizza Zebra Tasse Glas Wurst Sauerstoff Okay, gut Dann mach sie zu und dann darfst du die jetzt mal mischen Durch die Hände Ja Und jetzt darfst du Würfel Und dann Muss man das sagen, ohne dass man reinguckt Was war da drin? Sauerstoff Guck mal, ob's stimmt Ja Super, den hast du schon gewonnen Sauerstoff Da Okay Wer ist ein neues heute? Ne, wir haben nicht mehr so viel Zeit heute Wir machen Schluss Wir tun einfach die weg, die nicht mehr sind Ich bin dran Okay Rosa Da waren die Pilze Boah, Tasse Falsch, dann bist du da Haha Ich hab doch eine gute Tasse Pilze Sag's mal richtig Pilze habe ich gesagt Sag's mal ganz schön mit dem Geräusch Pilze Ja Richtig Du bist gut Ja